Willkommen zu meinem Review-Video über die Zecotec Mikrowelle. In diesem Video werde ich Ihnen alles über dieses Produkt erzählen und warum es eine großartige Ergänzung für Ihre Küche sein könnte. Aber bevor wir beginnen, vergessen Sie nicht, auf den Link in der Videobeschreibung zu klicken, um das Produkt auf Amazon zu kaufen und mich zu unterstützen. Lassen Sie uns zuerst über die wichtigsten Merkmale und Funktionen der Zecotec Mikrowelle sprechen. Mit einem Fassungsvermögen von 20 Litern bietet sie ausreichend Platz, um Ihre Speisen zu erwärmen. Die elegante schwarze Farbe und das Vollweiß-Design verleihen Ihrer Küche einen Hauch von Stil. Aber es geht nicht nur um das Aussehen, diese Mikrowelle ist mit der neuesten Dreidwarbe-Technologie ausgestattet, die sicherstellt, dass die Wellen effizient verteilt werden und jedes Lebensmittel gleichmäßig erhitzt wird. Mit einer Leistung von 700 Watt und 6 Leistungsstufen können Sie die Mikrowelle an verschiedene Arten von Lebensmitteln anpassen und so eine bessere Leistung erzielen. Die RIDI 2 Clean Beschichtung macht die Reinigung zum Kinderspiel, einfach abwischen und fertig. Und vergessen Sie nicht den Entklingelton, der Sie daran erinnert, dass Ihre Mahlzeit bereit ist. Jetzt kommen wir zu den Bewertungen. Die Zikrotec Mikrowelle hat eine durchschnittliche Bewertung von 4,0 von 5 Sternen basierend auf 2348 Bewertungen. Lassen Sie uns einige der Kommentare von zufriedenen Nutzern lesen. Dennis L. sagt, die Mikrowelle ist in Ordnung, aber sie wird außen ziemlich heiß. Miri berichtet, die Mikrowelle ist leicht zu reinigen und wird von meinen Kollegen in der Firma gerne benutzt. Hoffmann Simone ist sehr zufrieden und sagt, die Mikrowelle funktioniert und sieht gut aus. Natürlich gibt es auch einige negative Bewertungen. Tomislav berichtet von einer verzögerten Lieferung und einer schlechten Qualität. Mohamed Usman bemerkt ein lautes Vibrationsgeräusch während des Betriebs und Gerald 88 beschwert sich darüber, dass das Essen erst nach zwei Geschäftstagen warm wird. Yong Kunlyu berichtet sogar von einem Defekt nach nur wenigen Monaten. Trotz einiger negativer Bewertungen überwiegen die positiven Erfahrungen mit der Zikrotec Mikrowelle. Sie bietet eine effiziente Erwärmung, einfache Reinigung und ein ansprechendes Design. Wenn Sie also auf der Suche nach einer neuen Mikrowelle sind, könnte dieses Produkt die richtige Wahl für Sie sein. Klicken Sie jetzt auf den Link in der Videobeschreibung, um die Zikrotec Mikrowelle auf Amazon zu kaufen und mich zu unterstützen. Ich hoffe, Ihnen hat dieses Review-Video gefallen und Sie konnten alle Informationen finden, die Sie gesucht haben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.